Das Universitätskrankenhaus von Oslo gehört zu den Wissenschaftszentren, an denen jetzt Medikamente wie Hydroxychloroquine gegen das Coronavirus getestet werden. John Arne Röttingen, der den norwegischen Forschungsrat leitet, macht bei dem Projekt der Weltgesundheitsorganisation mit. Wir testen das Malaria-Medikament, das die Infektionen reduziert und gegen Parasiten wirkt. Auch Ebola-Medikamente wurden entwickelt, um gegen das Virus und andere Viren eingesetzt zu werden. Ob es gegen das Coronavirus funktioniert, das wissen wir noch nicht. Das Anti-Malaria-Mittel wird unter dem Namen Plakenil angeboten. Ob es wirklich gegen Covid-19 hilft, ist derzeit nicht sicher. Sobald eines der an der Studie teilnehmenden Krankenhäuser herausfindet, dass eines der Medikamente Wirkung zeigt, stellen wir die Studie allen zur Verfügung. Allein in Norwegen nehmen 22 Krankenhäuser an dem WHO-Projekt teil. Die Studie alle in der Studie live mit dem